Ja, gerade hat mich hier in meinem Paddelbötchen ein fetter Regenschauer erwischt. Gefällt mir total gut, mal ein bisschen im Regen rumzuhambeln. Ich hoffe, jetzt erschlägt mich nicht der Blitz. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, soll viermal höher sein, wie von Corona erwischt zu werden. Ja, ich will nicht sagen, dass mir das gut gefällt, aber so richtig scheiße finde ich es auch nicht. Einzige, was mich stört, dass das Objektiv jetzt immer so nass wird. Okay, ich muss mal ein bisschen schneller mich beeilen. Alla, die tolle. Herrlich. Ja! 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 Herrlich! Noch ein bisschen Regenwäsche heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich muss schon sagen, ich liebe sowas. Ungewöhnliche Wettersituationen, überhaupt ungewöhnliche Lebenssituationen. Und jetzt hier heute Abend an diesem Samstag hier noch in den Abendstunden in einen fetten Regenschauer zu geraten. Das nervt mich kein bisschen, das macht mir eher Spaß. Und gleich werde ich mich aus den nassen Klamotten schälen, mir einen schönen, geilen Cappuccino kochen und mich freuen, dass dieser Tag diesen coolen Ausklang hat. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Heute regnet es zwar, aber ich kann wieder zu meinem morgendlichen Rundgang um mein Wohnwagen Camp starten. Denn von Tag zu Tag läuft es besser mit meinen Hüften, mit meiner neu eingebauten Hüfte. Und das gefällt mir. Das heißt, ich habe zwar immer noch Schmerzen und der Heilungsprozess dauert wohl etwas länger nach 40 Jahren Cox-Arthrose, wie bei anderen Menschen. Aber damit war zu rechnen. Und jetzt bin ich doch froh, dass die Prognose der nicht behandelnden Ärzte stimmt. Und sie haben gesagt, sie brauchen Geduld und dann wird alles gut. Ja, gut ist es heute. Wunderbar, es regtet. Und in wenigen Tagen ist der Sommer Sonnenwende. Und eigentlich wollte ich diesen Kulttag, die Sommer Sonnenwende, wieder im hohen Norden verbringen. Nämlich innerhalb des Polarkreises, in dem an diesem Tag die Sonne nicht hinter dem Horizont verschwindet. Und je weiter man dann nach Norden kommt, passiert das sogar mehrere Tage nicht. Auf den Lofoten, wo wir 2018 die Sommer Sonnenwende verbracht haben, meine Tochter Samira und ich, geht die Sonne sechs Wochen lang. Nicht unter den Horizont und gar oben in Hamningenberg am Ende aller Straßen sogar über zwei Monate nicht. Also Licht ist immer schon etwas gewesen, was die Nordmenschen besonders fasziniert. Und deswegen werden Sommer Sonnenwenden, Lichtfeste im hohen Norden besonders gerne, besonders intensiv gefeiert. Und es war mir immer ein Vergnügen, ja in der Vergangenheit, mich zur Sommersonnenwende in Skandinavien zu befinden. Dieses Jahr könnte es möglicherweise nicht mehr klappen. Und wenn, dann erst im August. Und ich bin gespannt, ob bis dahin die Reisesituation sich so entspannt hat, dass man auch aus Skandinavien wieder ohne Quarantäne zurück nach Deutschland kommt, sollte es weiterhin so bleiben wie aktuell, dass man in Quarantäne muss, wenn man aus Schweden zurückkommt, dann lassen wir die Reise in den hohen Norden dieses Jahr sein und gehen stattdessen im August, September zum Strand segeln, nach Dänemark an die weitläufigen dänischen Strände und im Oktober wieder in die Sävennen in den Süden Frankreichs. Und jetzt muss ich hier im hohen Westerwald Regen genießen. Früher habe ich über Regen geflucht, aber seitdem auch über Deutschland und auch über den hohen Westerwald eine gewaltige Trockenheit hereingebrochen ist, wie man hier hinter mir an den Thuja-Häcken sieht, die letztes Jahr allesamt vertrocknet sind und braun geworden sind, kann man sehen, auch im hohen Westerwald ist es verflucht nochmal zu trocken. und ich freue mich über jeden Regentropfen, der mir gerade auf die Birne fällt. Und von mir aus kann es jetzt einige Tage lang schön, ordentlich und viel Regen. Pfeifen eine Sävenläuten. Pfeifen eine Sävenläuten auf die Rot Мне. Zu?" Vielen Dank. Ja, aktuell, wie gesagt, befinde ich mich wieder in meinem Wohnwagen-Cab im Hohen Westerwald. Unter der Woche ist der Campingplatz ziemlich menschenleer. Nur ein paar Dauercamper hausen um mich herum. Trotzdem meide ich nach Möglichkeit die Sanitäranlagen, die öffentlichen Toiletten und Duschen. Und wasche mich weitestgehend wieder rustikal an meinem Wasserhahn oder unter einer Solardusche. Und das geht hier auf dem Platz wunderbar. Und ich brauche nicht immer Shampoo, Seife, Spülmittel. Ich mache alles einfach nur mit klarem, kaltem Wasser. Und einmal in der Woche wasche ich mich dann mit warmem, heißem Wasser und auch mit Shampoo. Und wenn ich in die Duschräume hier der öffentlichen Campingplatz Dusche gehe, dann mache ich das morgens um 5 Uhr, wenn kein Mensch da ist. Und wenn eventuelle Coronaviren von Menschen, die zuvor duschen waren, zu diesem Zeitpunkt schon kaputt sind. Also, ich bin noch nicht kaputt. Auch wenn ich heute Morgen wieder so aussehe. Aber ich freue mich auf den Tag. Heute Morgen kommt meine Tochter Samira wieder. Hier hoch in den Hohen Westerwald. Sie war jetzt ein paar Tage unterwegs im magischen Dreieck Büdingen, Gießen, Westerwald. Und dann werden wir heute diesen Regentag wieder schön genießen. Hier über unserer Sitzgarnitur ein Regentab auf Spannen. Kanufahren gehen. Mit den Hunden durch die Wälder düsen. Und unser tagtägliches Leben so gestalten, dass sich immer ein Highlight an einem Tag befindet. Egal ob es regnet. Egal ob es Regen. In der Sitzgarnitur. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, und jetzt freue ich mich auf einen wunderschönen, egal, auch verregneten Frühsommertag im Hohen Westerwald. Gaubo-Aufnahme stoppen.